Kennst du das auch? Dein Kind sitzt stundenlang bei den Hausaufgaben und kommt einfach nicht zurande, wird nicht fertig. Ständig planst du alles drum rum, du bist am Ende deiner Kräfte und du weißt keinen Ausweg mehr. Ich bin Stefanie Bus, als Mama von zwei schulpflichtigen Jungs und als Lerncoach bin ich dein Experte, wenn es darum geht, das Kind und auch die Familie wieder zu mehr Lernspaß und Lernfreude und auch Leichtigkeit mit der Schule zu bringen. Wenn ich dich unterstützen darf und deine Familie erst recht, dann melde dich bei mir zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Ich freue mich auf dich.